Du hast heute sehr gute Chancen auf den Sieg. Ziehen wir es durch! Das war's für heute. Stattesupport Du liegst auf P2, Hamilton vor dir, Rosberg hinter dir Du hast eine Sekunde Vorsprung vor deinem Hintermann, nimm dich in Acht Du bist bei Sharjowna Du bist bei Schöpfung Du bist bei Schöpfung Du bist bei Schöpfung Du bist bei Schöpfung Du bist vor, Herr Norbert Die Rennkommissare haben das DRS aktiviert. DRS ist jetzt verfügbar. Untertitelung des ZDF, 2020 Du solltest noch mindestens ein paar Runden haben, bevor du Probleme mit dem Reifen bekommst. Aktuell sind sie in gutem Zustand. Zustand des Autos. Die Reifendaten sehen soweit gut aus. Die Reifen sollten noch eine ganze Weile durchhalten. Der Reifenabrieb ist geringer als erwartet. Sie sollten eine Weile halten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ausgezeichnet, das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ausgezeichnet, das ist eine neue Rundezeit für das Rennen. Alles klar, du kommst gut mit dem Renntempo zurecht. Hamilton liegt in Führung. Wir haben Benzinüberschuss für etwa eine zusätzliche Runde. Damit kannst du nicht ewig mit Mischung 3 fahren, aber für kurze Zeit sollte es dir möglich sein, etwas mehr aufzudrehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Kurzes Update zu deinem Auto, die Reifen sehen sehr gut aus. Momentan musst du dir keine Gedanken wegen der Abnutzung machen. Die Reifenverschleißraten sind niedriger als erwartet. Wir haben noch 40 Kilo Benzin im Tank, noch 40 Kilo Benzin. Wetterbericht. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Geh sanfter mit deinen Bremsen um sie überhitzen gerade. Wenn du so weitermachst, könntest du Probleme kriegen. Geh sanfter mit deinen Geräusch verletzen. Geh sanft, vielleicht lecker rund um sie übernüblich. Dann kann man die Runde das und die Reifen sehen sehr gut aus. Geh sanft, ja! 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 Boxenstopfenster Fahrer vor mir Fahrer hinter mir Fahrer hinter mir Hausberg liegt hinter dir. Drei Sekunden Abstand zwischen euch. Noch 27 Runden. So, deine Reifen sollten noch eine Weile durchhalten. Sei nur vorsichtig in den schnellen Kurven. Drei Sekunden 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Zustand des Autos Von hier aus sehen deine Reifen noch astreinaus. Sag Bescheid, falls sie zu sehr nachlassen. Der Reifenabrieb ist geringer als erwartet. Sie sollten eine Weile halten. Seinen Reifen nach zu urteilen, sollte Hamilton in den nächsten 5 Runden an die Box kommen. Fahrer vor mir. Hamilton vor dir. 5 Sekunden Abstand zwischen euch. Du rutsst pro Runde ein Zittel auf. Du hast noch 25 Runden vor dir. Fahr aber hinter mir. Das ist Kimi hinter dir. Der Abstand beträgt 2 Sekunden. Das ist Kimi hinter mir. Das ist Kimi. Das ist Kimi hinter mir. Untertitelung des ZDF, 2020